Nein, ich wisse auf keinen Stoßen. Gut, da hat nur noch einer. Ja! So, die Schützen. Hallo! Kill den Byron. Das ist eine dumme Idee, ich hätte locker einen mehr draufhauen können. Das ist gezeichnet. Also muss ich hier ein bisschen managen. Weil hier ist gerade ziemlich viel Bewusel. Aber ein Feind zerstört. Kommt der Byron, der stürzt jetzt auch. Ja! Schnapp dir den hier. Die Schlacht läuft super ab. Schwierig wird der Befehlshaber. Aber mit vier Leuten, so ein schöner Gangbang. Nächster. Wo sind meine Schützen? Da hinten? War in die Kaffeepause oder was? Hier wird gekämpft nicht Kaffee getrunken. Oh, mein Anwalt von drei, der ist ja auch schon. Oh, da ist wieder ein Byron. Also, guck mal, ich schütze mal um das Vieh. Hä? Da hinten ich jetzt. Ja? In die Kaffee. Die Schlacht hat immer noch heute. Da hinten kommt, ich schütze mal um die Rande. Ja, ich schütze mal. Ich schütze mal mit. Ich schütze mich. Oh, ich schütze mich. Kein Kaffee. Der Arbeiter hat auch nichts zu tun. Also darf man da drüben mit angreifen. Ah, jetzt würde ich ja mal Kämpfer Nummer 5 ist auf den Feind gestoßen. Aua. Komm schon, den Bauern kriegst du noch. Komm schon, das schaffen wir. Das schaffen wir. Yes. Und wieder ein Feind weniger. Kämpfer. Ich weiß, was zu tun ist. Und... Ja, du bist auf den Feind gestoßen. Das ist wunderbar. Aber du kriegst auch aufs Maul. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Schnell, hilf ihm. Hilf die. Warte, wie kalt. Nein. Ähm. Ich hab ein Problem. Du bewegst dich auch ein bisschen auch darüber. Du bewegst dich am Arbeiterort fahren. Einzige, was ich da machen konnte, war eine Bombe legen. Und der Anwalt war hier. Der stützt das Vieh zurecht. Was ist das? Ja. Oh, kacke. Ähm. Geht mal rüber. Die Schützen. Die greifen hier an. Schnappt euch den Vivern. Der Viper 4 ist auf Feind gestoßen. Okay, bleibt mir nichts anderes übrig. Stopp! Du hilfst ihm. Du hast da zum Vivern zu gehen. Mensch, wieso steht der Arbeiter da wieder? Angreifen! Steht's mit dem Vivern? Achtzig! Na, immerhin! Moment mal, könnte nur eine Bombe liegen und sind sofort nutzlos. Wie kacke ist das denn? Jawoll! Dann noch Plattvieh hier. Ich denke, wir haben es langsam. Ein Feind zerstört! Respekt, Arbeiter! So, sonst machst du den Platt. Der Schütze hilft mal mit. Ich werde die Verteidiger eigentlich in der Hütte bleiben, aber ich ziehe sie mal vor. Sicher ist sicher. Okay, 15. 20. Ich werde dort hinhauen. Ich muss schon ein bisschen Strategie mit dran sein, aber ich bin manchmal nicht gut in Strategie spiel, manchmal schon. Kommt auf das Spiel an. Okay, drei Feinde. Der Leiter Befehls aber kommt. Arm hat geschaffen. Und nein. Immer noch nicht. Oh wei. Baba. Los, Mann, platt. Ich würde zu ihm helfen. Und sehe ich echt schwarz. Au. Au. Schnell. Angreifen. Ach so. Jetzt. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Bombe muss erstmal hochgehen. Hochgehen. Die Schütze, da du nichts zu tun hast. Okay, wahrscheinlich werde ich gerade die falsche Taktik ane und hätte warten sollen, bis sie hochkommen. Und dann richtig Gangbang. Ich muss den abfangen. Ich muss den abfangen. Ich muss den irgendwie abfangen. Aber mein Leben. Wir sind abfangen. Nein. Dieser Viren war schon immer ein Problem. Hier hin Den verdammten Byron-Anleiten Okay, zwei Verteidiger Ich hoffe, die kriegen das hin Drei Feinde nur noch Weil Nee, da kommt ja noch so eine komische Ding Ich glaube, komm, dass der Arbeiter das noch überliebt Der Arbeiter ist tot Schützen Okay, auf jeden Fall schneller als der Vyron Schneller als der Feind Verdammt Ich habe nur noch sieben Einheiten Obwohl der Handwerker da sein soll Warum habe ich ihn geholt? Warum haltet ihr Vier Feinde? Oh wei, oh wei, oh wei Das ist die finale schlachend Der Befehl ist aber immer noch nicht da Ich finde, sind das noch? Komm schon Ich muss doch schon alle gekillt haben Okay, eins steht fest Der Vyron ist Arschschnell Die Schützen holen den nie im Leben ein Sechs Feinde noch Noch Yes Das Katapult erwischt den Vyron Ähm So Komm, greif nochmal an Das macht ja nur 14 Schaden Nee, mach nicht mein Katapult kaputt Geblödet Vieh Nein Das bleibt schön in die Richtung Ah, Schützen Angriff Ah, verdammter Schlummerbetrieb Schon stirb Stirb, bevor das Ding kaputt geht Ah, jetzt brauche ich euch da unten Hilfe Wat? Ey Hallo Wie soll datenmittel noch zu schaffen sein? Zwölf Feinde Wollt ich mich hier mit Katapulten zudecken oder wie? Das ist mein Katapult Das brauche ich noch Ah, Gott sei Dank Nein Die Schlacht ist verloren Alter, uns immer noch keinen Befehlshaber zu sehen Das ist doch Na, tolle Bombe, ey Na los Verteidiger, ja Wieso auf Feind gestoßen? Okay, er ist tot Aber da war da Einen mitgenommen Okay Okay, Verteidiger Ihr seid meine letzte Hoffnung Hat ja noch nicht mal Schaden gemacht Okay, Verteidiger Du wartest hier Okay Ihr verteidigt jetzt diese Hütte mit eurem Leben Ah, so Der kann datenmittel reparieren Wird aber auch dauernd nicht Halten Oder? Doch Er hält daten gerade so am Leben Jetzt nicht mehr Komm Mach die Platz Scheiße 20 Feinde Zumindest Befehlshaber Mir ist mit dabei Ja Nein Ey, Hilfe